Ja, selbes Spiel? Das ziehen wir jetzt gerade Handlos durch, bis es funktioniert. Ja, und dann machen wir aber so eine Brücke über den Fluss dicht, einfach. Da gibt es ja auch von. Wir machen einfach uns dicht. Ja, da spricht niemand mehr. Danke. Machen wir uns. Wer trommelt denn da? Hat man. Wenn du rausgehst, dann auch bitte richtig. Ja, was soll das denn? Ja, genau. Man hört die nur irgendwas undeutlich brappeln und dann ist er diskenenkt. Das sind Pipin halt, ne? Eigentlich. Ja, aber der hat heute noch nichts mehr. Pipin ist schon wieder gut gelaunt nach dem letzten Mal, ist schon wieder alles gut. Der stand heute schon wieder mit Bier bei mir im Laden. Mit Bier. Na gut, das Bier haben sie vor der Tür abgestellt, haben kurz Hallo gesagt und dann sind sie wieder gegangen, haben das Bier draußen wieder eingesammelt und weitergezogen. Wer? Ja. Der Nepalese und der Migrant. Oh. Ich glaube, da haben sie zwei Deppen gefunden. Warum kommen die mitten am Tag mit Bier? Ja. Das ist ja schon Pipin. Der trinkt halt gern mal eins oder zwei oder drei. Ich meine, jetzt wo ich zuhause bin, habe ich auch mal um zwölfen Rad reingeschmissen. Aber ich habe auch geschmissen mit Schweinen. Da knallt's wenigstens. Ja, die trinken halt alle viel. Trinken sie aber mehr als ich bestimmt. Äh, du trinkst, wenn du ne Feier hast abends viel zu viel, aber dafür sonst nix. Ja. Das stimmt. Also ich finde bei Timo und mir gilt der alte Spruch, Alkohol in kleinen Mengen schadet auch in Massen nicht. Also ich habe gerade meine kompletten Waffen. Alle. Also wirklich die Pistole. Ne M16 und ne Scar. Mit Munition und allem drum und dran. Ja, du bist da unten in dem Gebäude. Das mit den vier Wänden und dem Dach, ne? Ja, ich bin sehr glücklich. Vor allem auf einem Fleck direkt. Also wirklich auf einem Punkt. Glücklicher, glücklicher Bastard. Gut, ich fange dann mal an mit ner Vector. Sollte sich schon mit Sicherheit bald was anderes ergeben. Ich ergebe mich. Wo seid ihr jetzt hin? Wie gesagt in Norden. Ich bin bei dem Dorf, wie das immer heißt. Dorf. Wie auch immer das heißt. Excuse Me ist nur die größe Sachen im Spiel, aber... Ich bin bei Essen, Aya, Poliana. Aber ich bin komplett allein hier. Ja, ich bin über dir. Ich komme jetzt gleich aber auch von der Stadt. Dann schnappen wir uns einfach ein Auto und dann machen wir Aua-Babbel-Huber. Richtig. Bam, bam. Ja, ich bin gerade mal ganz tief und entspannt in der versunkenen Stadt runtergegangen. Entschuldigung, ich habe eine Allergie gegen Bullshit. Wer geht denn in der versunkenen Stadt runter? Außer er will untergehen. Naja. Oh scheiße, oh scheiße. Aua, 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 Aua. Ich habe bisher eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht. Ich bin einmal bei draufgegangen, ansonsten war es immer sehr entspannt. Er ist ein erfahrener Recken mit seinem Stecken. Jaja, soll ich dir mal meinen erfahrenen Stecken stecken? Martin, wo wir gerade beim Thema sind, lass es. Ich will dir ums Verrecken einstecken. Und kenne ich für deine Neigung in meine Richtung, deines Steckens, durchaus Verständnis zeige. Ich meine, ich kann jetzt selbst die Finger kaum vor mir lassen. Aber, nee. Nee. Ich finde ja hier schon wahnsinnig viel Zeug, aber jetzt bräuchte ich langsam mal genau diesen. Das war schon wieder so überheblich, dass ich die ACP-Pistole liegen gelassen habe und jetzt bereue ich es. Ja, ich bin top ausgestattet, Jungs. Aha, er ist mit einem top ausgestattet. Das ist sexy sexy. Sexy sexy kann man werden. Sexy lady. Wupp, 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 wupp. Timo ist dickstyle. Sexy Timo style. Timo ist dickstyle? Er hat seinen Penis besungen. Ja, das mache ich ab und zu. Einer muss das ja tun. Die Hose runter vom Spiegel. Du bist wieder hier. In meinem Revier. Was nie wirklich weg, an dir wird gelegt. Was? Ich werde direkt abgeschossen, irgendwas ist hier. Krieg. Du bist aber nicht wirklich überrascht, oder? Oh, doch. Schon Badewanne ist übergelaufen. Nein. Jetzt im Real Life? Jetzt im Real Life? Du bist im Real Life abgeschossen? Ja, wo ist denn? Ich sehe nicht von wo. Dann ist es hinten links. Wow. Du konntest. Walk this way. To Amarillo. Ich werde immer noch sagen, wer dachte denn? Ach, wer habe ich nicht. Ich brauche mal was zu schaffen. Wir schießen ins Begift. Ich habe zwei Rotpunkt-Visierer, ein Holo-Visier, ein Zweifach-Sucher, ein Vierfach-Sucher-Attachments für jede Waffe. Ich glaube, alle. Aber ich habe keine Waffe. Bist du meine Vector haben? Sag ich sogar weiteres Magazin und Schultersuchzefäde, wer mit dir jetzt gerade jeweils das was ich habe. Ich bin mal auf dem HPB. Keine Ahnung, wo der mich abgeschossen hat, aber ich bin nicht mitkommen. Wer hat denn da so scheiße gefragt? Günther. Du planst was mit Günther? Die ich nicht gehört habe. Rucksack-Stufe 3, um noch mehr Attachments einzusammeln. So, jetzt habe ich die Vector weggeschmissen. Und ich finde die einzige Waffe für die Attachments völlig sinnlos sind. Paul ist es. Richtig. Leck mich doch. Ich versuche mich gerade zu zerbomben. Kann man hier auf den Zielen, wo ich bin? Ich glaube, man hat den nicht erinnert. Ich glaube, man hat den nicht erinnert. Und wo kommen denn die Schüsse überhaupt? Ich weiß es nicht. Bist du in der Bratwahlschule? Ich weiß es nicht. Ich stelle nicht nur auf Granaten ab und so ein Kram. Dann kann er aber nicht weit weg sein. Ja, deswegen. Das ist aber nicht sinnvoll, dass du sagst, deswegen weiß ich es nicht. Ey, ist aber einfach nicht zu sehen. Wenn ich glaube, wenn ich jetzt los bin, bin ich tot. Ich muss losrennen. Unangenehm. Ich bin des Kreises. Wobei, ich kann Schmerzen und Energy Drink nehmen. Ah, was? Wo ist denn der Kreis? Oh, schon ein Stück. Warum man da dran? Er muss ja irgendwann weiterziehen. Das wird er bestimmt auch machen gleich. Ruhig, stepp, Baden. Renn zurück im Kreis. Darfst nicht warten, sonst stirbst du wie ein Sohn im Scheiß. Ich habe keine Ahnung, von wo ich beschossen werde. Ich bin down. Ja, das ist ein Bug. Da, ne. Da cheatet einer. Aber 100%. Der steht, ähm, im Grusch drin. Also im Heuballen drin. Oh. Ich bin ja... Ja, aber das geht doch gar nicht. Ja. Du kannst dich ja hintergucken, kannst dich ja vorkucken gar nicht. Ich habe Physikalisch gar nicht. Ich steck genau in der Mitte drin. Ja, das geht doch gar nicht. Oh Mann ey, wie jetzt? Da hat wohl die Physik versagt. Jetzt werde ich hier mit UMPs überhäuft. Das war auch nice. Ich muss aber auch bald rufen, weil ich muss da im Prinzip lang. Du musst da lang, ja. Ich will aber nicht. Dann müssen wir jetzt eine gemeinsame Lösung finden. Aber du erinnerst dich, dass ich dir gesagt habe, dass du kräglich stirbst, weil du so gut und gut gefunden hast, ja? Ja. Ich brauche nie meinen Feuersagen. Besser der MP. Bis morgen gibt es übrigens schlechtes Wetter, außer da, wo die Sonne scheint. Geil. Dann gehe ich doch da hin. Ja, Marina hat das Prinzip verstanden. Dann rück ich mal vor. Dum, 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 dum. Ich bräuchte nicht noch ein bisschen mehr, so für 62er und 5,56er. Gut, wenn ich eine halbe Stunde brauche, um über eine Mauer zu kommen, wäre das mit dem Endsicht glaube ich nicht. Jetzt ist mir langsam hier. Die Dings im Arsch. Macht aber eigentlich nichts. Weil nicht genug Platz, weil ich hier Unmengen 9mm rumfliegen habe, die ich nicht brauche. Außer vielleicht für die Pistole. Boah, muss ich weit rennen. Martin. Ja. Ja, 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 ich sehe es. Macht mir aber wenig. Ich wusste, dass der kommt, aber ich habe so dermaßen viel Heilungsgedöns gefunden, dass ich mir gedacht habe, ach, ist mir doch egal. Ah, okay. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Give a cut, my arm bleeding. Doodle 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 doodle. Das mit der dünnen Lü-Düte, da bin ich nicht mehr drüben. This is my last Resort. Pressure. Okay, wo ist das Pferd los? So, jetzt laufe ich aber auch mal los. Was habe ich denn? Ach Gott, 30 Verbände, 3 Erste-Hilfe-Koffer, 3 Schmerzmittel. Ich gucke schon irgendwie rum. Ich gucke schon irgendwie rum. Was brauche ich denn da? Das brauche steht in den Autor da. Ja, da steht jetzt auch eins neben aber... Wir haben schon Timo verloren. Da könnte ich auch noch den ersten Kreis verlieren. ich hatte es eigentlich nicht mehr allzu weit das kostet überhaupt nicht das leben ich habe ein wohnmobil aber das fährt nicht mehr das wird schwer ich habe mich doch gerade wieder 100% hochgeist das wird schwer es gibt es eine situation wo ich mit dem rücken schießen würde doch doch das würde ich tun dann würdest du nicht weil ja aber nicht weiterlaufen ich habe noch ein Auto kaputt gerade doch ist da noch ein Auto ich muss direkt weiter rennen Weit und breit mit Motor und Rädern, ich bin ja schon Fahrrad, ne? Ja, aber das wäre schon noch ein ganz schönes Stück, was ich hier hätte laufen müssen. Danke. Kannst du innerhalb des Kreises mit halb bis in meine Richtung kommen? Weil den nächsten Kreis noch zu laufen schaffe ich nicht. Ich habe es gerade so in dem, wenn die Zeit abläuft, dann muss ich mich schnell heilen. Soll ich jetzt erstmal hier ein bisschen was reinhauen? Boah, starb außerhalb des Kreises. Vielleicht auch dein Todesschütze, Timo. Der auch keine Rolle gefunden hat da oben. Boah, wir parken den Buggy, das ist bei uns und ich habe mich hier zu, dass es außerhalb normal ist. Ja, der Kreis läuft schon. Kannst du den Buggy nehmen? Ja, fahr! Gut. Ja, ich schaffe es oder ich schaffe es nicht. Bis dann ist der leer. Ne, der steht aber gut geparkt. Alter, der steht nicht so, der ist ja gespawnt wirklich. Okay. Boah. Alter, das zieht sich ja zum Military Base, das ist ja nett. Ich habe gesagt, wir sollen rauspringen. Irgendwas schießt hier direkt in unmittelbarer Nähe. Ja. Wer keine Leben macht, der ist die Wähler. Jetzt mutig hier in die Küste zu gehen, weil hier mit Sicherheit irgendwo schon was sitzt oder so. Ich gehe ungern in diese Hütte, aber ich muss in diese Hütte. Ich habe noch neun Verbände. Oh, reicht auch ne Weile. Rote Schutzbrille. Die sieht scheiße aus. Ja. Folgt mich irgendwas? Nee. So weit getrennt von Henna. Das ist nicht dein Typ, der den gerade über die Klippe fährt, nehme ich an. Und der Typ, der hinten dran entgrenzt, ist auch nicht du. Nee. Das ist doof. Das ist ja ein Atmer. Ja. Aber der Pepin, der ist auch so hassenvoll da. Was?! Ja, die wissen, dass du drin bist. Da steht ein Jeep am Strand. Ah, da ist der Typ dazu. Ich bin ein Nenner und ich sehe gut aus. Er ist ein Nenner und er sieht gut aus. Mist. Ich hätte mir die Brücke gut defed können, vorhin. Ja, wo warst du? Treff ich den nicht! Bei mir läufst du unter dem Wasser. Das sieht schön aus. Es sind auch sehr komische Geräusche bei mir, Leute. Ist mir nicht. Tiefs aus das Auto. Das geht ja auch kaputt. Ja, ich weiß halt nicht ob ich... Ich seh halt nicht, ob ich zu hoher oder zu niedrig bin. Du musst nen Tick höher. Das ist n Tick niedrig. Jetzt kannst du den mit der ganz normalen zielen. Jetzt sollte es gehen. Es ist alles drauf. Einfach auf dem Auto. Das Auto expliziert gleich. Das hält nicht viel aus. Das explodiert anscheinend immer alle, äh, ultimativen Spiel. ULTIMATIBER MULTIGEL Ich hab keine Lehne noch geschafft, vielleicht... Jetzt nutzt wieder die 4 an deinem Visier. So an der Höhe. Na, bei den 6 hast du den. Ah, scheiße. Ja, anscheinend war es doch irgendwie in der Entfernung komisch. Ja, das ist... Ich konnte es ja nicht einschätzen, ich hab nicht gesehen, wo die Dinger eingeschlagen sind. Das war das Problem. Ähm... Oh, schlecht, ich glaube, du hier runterkommst. Das ist eine ganz beschissene Stelle. Irgendwo kommt mir hier runter. Das Problem ist, dass ich wahrscheinlich so weit gar nicht schwimmen kann. Wie ich muss. Ne, das sieht schlecht aus hier. Ich weiß schon mal eine Schmerzabitterei, wenn du noch was hast, dann kannst du es vielleicht noch schaffen. Wobei, der muss ja komplett durchschwimmen. Und noch laufend ein Stück. Boah, wie weit ist denn dieser scheiß Ringel? Fuck. Ne. Also... Geh nicht weiter, sieht mich so früh los. Ja, ich hab... Der Mann ist leider weg. Oh, ich... Das schaffst du nicht mehr. Das schaffst du nicht mehr. Ne. Ich kann alles drehen. Ja. Ich komm auch nicht zurück zu meinem Buggy und dann käme ich auch nicht zu meinem... Springen wir in Ehrenvolle. Springen einfach runter. Und da kannst du ja echt... Und da komm ich hier. Oh, fuck. Ja, das ist bei mir halt leider immer so. Ich werde... Ich sterbe immer durch diesen verschissenen Kreis. Weil er halt immer bei mir... Ich hab mir das Glück, dass er dermaßen beschissen ist. Oh. Ja. Vor mir ist der Lohn. Immer auf den Wickenkreis. Ja. Boot gibt's hier natürlich auch keins. Und rennen die Leute auch rum. Ich will euch den Lohn gar nicht klauen. Echt nicht. Ja. Verfickte Kreise mal ey. Das ist so zu kotzen. Ich hasse es, wenn der letzte Kreis auf die ääääuh Link auf die Militären Base geht. Und wie sich mit diesem Scheißwasser und diesen zwei Brücken einfach keine Chance maistern... Der hätte ja wenigstens jetzt ein bisschen näher sein m aven können, dass er wenigstens ... nur irgendwie die Hälfte schwimmen muss. Aber nöööööö. Tauch verlesst den Up und Atmen junge. Hallo? So, wir müssen erstmal mit Luft holen. Ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal. Nein, 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 nein. Aua. Jetzt holt er Luft. Komm schon, komm schon, komm schon, noch heilt das Schmerzmittel gegen. Ja, ich hab auch ein Verband. Jawohl, ich bin Maki, ich schaff's noch. So, komm, 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 komm zum Stehen, jawohl. Ach, nein. Wieder zu schnell Tab gedrückt, da war ich noch am Schwimmen, da bin ich wieder im Steam-Menü. Sehr gut, ich hab grad noch so geschafft. Ja, dann haben wir trotzdem noch eine Ecke zu laufen. Ja, vor allem kannst du direkt weiterlaufen. Und da hab's wahrscheinlich. Bring rein, Martin! Ich hab noch ein bisschen Erste-Hilfe. Lass... Mach locker, ich schaff's zu dir. Warte halt vom Kreis auf. Ja, ja, ich schaff's zu dir. Rechtzeitig. Ja, das ist nix zum Heilen. Ich hab gar nix mehr. Deswegen kann ich auch nicht auf dich warten, wenn der Kreis losgeht. Ich muss sofort los, ich hab gar nichts mehr zum Heilen. Ja, aber es ist... Naja, aber es ist... Naja, aber es ist... Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Fünf Sekunden ist der Marlin da. Bleib stehen, warte, warte, warte... Sag mir die Zeit an, die sehste grad nicht. 14, 13, 12, 11... Alles klar, los geht's. Hätte ich nicht gedacht, dass ich es schaffe, da durch zu schwimmen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich wäre mir direkt nach Schlaußen dabei beim Kreis. Ich wäre gesprungen und ehrenvoll gestorben, einfach nur. Ich wäre jetzt die Position ganz gut. Ein Dacia vor dem Tower auf dem Rollfeld. Mh... Mh... Wir müssen den Schatz des Baumes Ja, da unten ballern sie jetzt ganz viel Okay Ist ja hübsch Es geht immer noch außerhalb des Bälls rein in den Gebäude Der Stein könnte eben Dings sein Wenn ihr Glück habt Ich würde jetzt in den Gebäude gehen Weil ich kann auch keinen Treffer mehr anstecken Ja Tu das Wie ist das momentan? Du weißt wie ich bin mit Gebäude Kampf und so Ich crouch hier lieber Das ist gemütlich den Hang entlang Hang entlang Ja Aber vom Hang Ja Vom Berg oben Ja, ich seh's Wackel noch so lange, ich kann mit dem Arsch Geil, Alter, in die Top 20 noch Crouch Ohne Leben Wenn der stillhalten würde, ich seh kann's halt Scheiße Doch jetzt Ja, ich seh's durch das scheiß Gras nicht Aber ich will auch nicht aufstehen, dann sieht der mich sofort Guck lieber, dass du in den Kreis kommst Auch wenn er die jetzt am Arsch kleben hat Vielleicht schaffst du's mit dem Stein nach vorne, kann sich dann umdrehen und die abknallt So, ich bin jetzt glaub ich hinterm Hang so'n bisschen So, ich bin jetzt glaub ich hinterm Hang so'n bisschen Das ist ja am besten Punkt 3 Ja, guck mal, der Steinlings könnte echt drin sein, wie ich gesagt hatte Ja, wenn du jetzt hingehst, könnte grad so drin sein Ja, ja, der ist drin Und ich ist hinten dran noch so'n Geflicht Perfekt Perfekto Wir sind jetzt in einer Reihe genau hinterm Martin her, weil sonst sitzt du auf der anderen Seite vom Stein und grinsen dich ein So, jetzt ist die Frage nach rechts Da kann noch was herkommen Jetzt hat Cashy geantwortet wegen der Runde AOE Sorry, ich bin jetzt nicht dabei Naja, der Kreis kommt schon Die kommen jetzt von links Von links werden die kommen Wo die eben waren Ich zieh nur auf der anderen Seite runter, so wie's aussieht Boah Ja Irgendwo schießen sie Das Kann ne Querschläger gewesen sein Das war nämlich nur ein einzelner Schuss Kannst immer noch außen bleiben Du bist ganz nach vorne an die Mauer schaffst Das ist doch gerade das Problem, dass er das gerade geschossen Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach ein Querschläger war oder Kann ich mir auch nicht vorstellen Was soll denn da Querschläger sein? Ein Querschläger war es aber ein Sniper Was ja nur ein einzelner Schuss Ja, ja, eben, aber es kam halt auch nichts mehr nach Ja, fuck Ja, irgendwo waren sie gewesen Von links, irgendwo von links vorne Sobald du im Kopf Mit K Ja Ja Ja, aber es hat uns weiter geschossen Weil es sind ja drei Schüsse eingeschlagen Mhm Die K hat sich halt erwischt Ja Aber dass wir noch so lange durch hatten Ja, doch noch relativ weit gekommen Aber so Und brenn zum Klo Oh ja, dann war ich mit Ich seh schon, es wird lustig Ja, dann war ich mit Oh unsere Schüsse Oh ja, dann war ich mit